Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir einen Witz erzählen und der geht in etwa so. Ein Mann kommt in den Himmel und tritt vor den Schöpfer und er sagt, oh mein Gott, warum hast du mich nie im Lotto gewinnen lassen? Ich habe so gebetet, mein Leben lang habe ich auf diesen Lotto-Sechser gehofft und wieso wurde mir der nicht gewährt? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Und Gott schaut ihn an und sagt zu ihm, du hättest vielleicht mal einen Lotto-Schein ausfüllen sollen. Und die Moral von der Geschichte ist eine sehr einfache. Wenn du dir etwas von Herzen wünschst, dann kommt aus meiner Erfahrung nach etwas in Bewegung. Eine gewisse Energie baut sich auf und will in eine gewisse Richtung streben. Und ich bin davon überzeugt, dass dann sich auch Dinge fügen für dich. Das heißt, wenn du ein Bild hast, einen Wunsch hast und das soll sich manifestieren, dann beginnt sich einmal theoretisch, energetisch etwas für dich zu fügen. Aber, und das ist das große Aber, warum funktioniert es dann bei manchen und bei manchen nicht? Meiner Meinung nach geht es darum, dann auch diese Dinge zu tun, die man sich wünscht. Also das heißt, du musst wirklich in die Aktion gehen und schauen, dass du durch dein Verhalten, durch dein Tun die Möglichkeit noch weiter dehnst, um deine Hoffnungen, um deine Träume wirklich realisieren zu können. Und da erlebe ich immer wieder bei Klienten, wie schwierig das oft ist, wie sehr sie sich selber im Weg stellen. Nämlich, dass man sagt, das eine sind meine Träume und das andere ist dann das, wie ich mich verhalte. Das geht von kleinen Dingen, wie ich möchte gerne mal an einem gewissen Ort auf Urlaub fahren, aber ich schaffe ja das nicht. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte mal nach Australien, aber mein Verdienst reicht nicht. Stattdessen, dass man sagt, okay, ich spare da jetzt hin, ich schaue, dass ich wirklich sage, okay, ich lasse mal da ein Eis aus und gebe das in meinen Australientopf rein, dass ich das mal realisieren kann, dass ich das mal umsetzen kann, dann, ja, da blockieren sich die Leute leider oft einmal selber. Bis hin zu den großen Dingen, wo man sagt, ich habe einen Familienwunsch und man bleibt dann mit einem Partner zusammen, der eigentlich keine Kinder möchte. Und das sind dann so Selbstboykottprogramme. Und deshalb bin ich davon überzeugt, und das möchte ich dir heute auch nochmal mitgeben, ich bin davon überzeugt, dass die Existenz es gut mit dir meint. Nicht jetzt, dass das ein Wunschbrunnen ist, aber dass, wenn du deine Gedanken, dein Herz, deine ganze Lebensenergie in eine gewisse Richtung lenken kannst und sagen kannst, dahin soll es gehen, das erfüllt mich, das spüre ich. Jetzt muss ich so das Video fertig improvisieren, weil leider mein Mikrofon ausgefallen ist, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Also grundsätzlich nochmal, wenn du dich auf etwas hinfokussierst und die nötige Aktion dazu bringst, bin ich davon überzeugt, dass deine Träume, deine Wünsche auch wahr werden können. Es gibt wie die Selbstheilungskräfte, wie dieses Visualisieren, wie das funktioniert, meines Erachtens nach etwas Wachsames, etwas Verständnisvolles, etwas Liebevolles im Energiefeld. Und wenn du diese positive Energie aufbauen kannst und fokussieren kannst und sagen kannst, das ist mein Ziel, da sehe ich einen Sinn drinnen und ich tue jeden Tag konkret etwas dafür, dass ich diesem Ziel näher bin als am Tag zuvor, dann bist du nicht aufzuhalten. Davon bin ich wirklich überzeugt und ich hoffe, dass du selber ins Tun kommen kannst. Vielleicht überlegst du dir ja selber mal, was hindert mich denn daran, wo bin ich denn da blockiert, dass ich nicht in die Aktion gehe, dass ich nicht in die Action komme. Also das würde mich natürlich auch noch interessieren. Und falls du deine Energie ganz in Schwung bringen möchtest und vielleicht sogar schon mal als Traum hattest, anderen zu helfen oder dir ein Geschäft aufzubauen, ein selbstständiges, dann kann ich dir natürlich meine Ausbildung Mediale Energetik empfehlen. Die startet jetzt dann im September und ist vielleicht sogar das letzte Mal, dass ich diesen Live-Kurs mache. Ist noch nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Also nutze diese Chance, wenn dich das interessiert. Und falls du da Fragen dazu hast, informiere ich dich natürlich gerne. So, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Dein Oliver Erini aus dem wunderschönen Linz in zweifacherer Kameraqualität etwas vernudelter. Aber mir war das noch wichtig, das Video zu Ende zu bringen. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.